Wenn ich Leuten erzähle, dass ich Scrabble bei Turnieren spiele, werde ich als Reaktion öfter mal auf eine bestimmte Sache angesprochen. Gab es da nicht mal jemanden, der Weltmeister im Französischen Scrabble wurde, ohne Französisch zu sprechen, sondern indem er einfach stur das Wörterbuch auswendig gelernt hat? Ja, den gab es, wir sehen den Kollegen hier, Nigel Richards aus einem der letzten Länder, in denen man den Französischen Scrabble Champion vermuten würde, Neuseeland. Ein Land, mit dem die meisten wohl eher Herr der Ringe assoziieren als Herr der Buchstaben. Und ich meine, der Kollege sieht auch ein bisschen aus wie Gandalfs verlorener Halbbruder, aber war also tatsächlich Weltmeister im Französischen Scrabble. Und diese Geschichte ging dann richtig durch die Medien, was Scrabble allgemein jetzt eher selten schafft. Aber hier berichtete der Spiegel, die New York Times und bei Reddit findet man sowieso seitdem immer wieder. Aber gleichzeitig erzählen diese Medienberichte eigentlich nur einen Teil dieser Geschichte und vielleicht noch nicht mal den interessantesten. Denn Mensch frisst Wörterbuch und besiegt dann logischerweise alle im Scrabble, ist verrückt und kurios genug, aber unterschlägt eigentlich, dass das gar nicht reicht. Denn Scrabble ist ja kein Vokabeltest, sondern ein Strategiespiel und ein ziemlich kompliziertes und eins, das in jeder Sprache anders funktioniert. Das heißt, die Wörter zu lernen ist nur der erste Schritt, wenn es darum geht, dann tatsächlich so eine Weltmeisterschaft zu gewinnen. Und wenn man mehr über diesen Hintergrund erfährt, was da noch alles dazugehört, wird das Ganze von einer kuriosen Leistung zu einer absolut unfassbaren. So unfassbar, dass der zweitbeste Scrabble-Spieler der Welt mal gesagt hat, ich gelte als der beste menschliche Spieler, denn Nigel ist einfach kein Mensch. Viel Spaß bei der ausführlichen Geschichte. In den meisten Sportarten und Spielen kann man ewig debattieren, wer in dieser Disziplin der oder die Beste überhaupt war oder ist. Oder wie man heute sagt, the greatest of all time, the GOAT. Aber in manchen Disziplinen ist es auch keine Frage, weil eine Person komplett in der eigenen Liga unterwegs ist. Ein bekanntes Beispiel ist Darts mit Phil Taylor als 16-maligem Weltmeister. Weniger bekannt, zumindest im Westen, dürfte Cricket sein. Wir sehen hier die wichtigste Statistik aus diesem Sport und Sir Donald Bradman den Rahmen derselben sprengen. Und erst recht unbekannt ist dieser Herr ein Mathe-Professor und Pfarrer. Allein das schon eine interessante Kombination. Der über Jahre hinweg quasi unbesiegbar im Dame-Spiel war. Checkers, Marion Tinsley heißt der Mann. Auch das eine sehr interessante Biografie. Und in diese Reihe an absoluten Ausnahmekönnern, die alle in die Tasche stecken, in ihrer jeweiligen Nische, gehört eben auch der Kollege, über den wir heute reden. Nigel Richards, wie schon erwähnt, gebürtig aus Neuseeland. Wahlheimat aber Malaysia. Und wie ich auch schon angedeutet habe, sieht er durchaus so aus, wie man sich ein Wörterbuch auswendig Lerner vorstellen würde. Oder wie es ein französischer Scrabble-Spieler sagte. Man weiß nicht so genau, ob man einen Hipster oder einen Serienmörder vor sich hat. Und wichtig zu wissen ist an der Stelle erstmal, Nigel war schon lange vor dieser Frankreich-Geschichte der unbestritten beste Scrabble-Spieler der Welt im englischsprachigen Scrabble. Was als die Weltsprache natürlich die größte Scrabble-Szene ist. Und um zu verstehen, wie unbestritten das war, reicht es zu wissen, dass sich dieses ironische T-Shirt verbreitete, mit dem man damit angeben kann, dass man schon mal ein Spiel gegen Nigel gewonnen hat. Das ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, denn so extrem ist es nicht, weil wir einen Zufallsfaktor im Scrabble haben. Man kann Glück oder Pech haben mit den Buchstaben, die man zieht. Und dadurch verliert auch jemand wie Nigel doch eine ganze Menge Spiele, nämlich tatsächlich jedes vierte in etwa, gegen die Weltklasse-Spieler, auf die er natürlich bei Turnieren in der Regel trifft. Aber ein Turnier dauert ja nicht nur eine Runde, sondern schon mal 20 oder so. Dann mittelt sich der Zufall tendenziell heraus und dann werden die Statistiken doch ganz schön extrem. Angefangen damit, dass noch niemand den englischen WM-Titel mehr als einmal gewinnen konnte. Durch diesen Glücksfaktor sind das alles Eintagsfliegen sozusagen. Außer Nigel. Nigel hat fünf Titel. Bei Turnieren, die für die Weltgangliste zählen, stand der Mensch zuletzt 26 Mal in Folge mindestens auf Platz 3. Er hat in über 20 Jahren noch nie in einem Turnier mehr Spiele verloren als gewonnen. Und umgekehrt ist das extrem auf der positiven Seite, dass er mal ein Weltklasse-Turnier mit 10 Siegen Vorsprung gewonnen hat. Also der Mensch spielt offensichtlich Scrabble in der eigenen Liga. Und wir kommen später dazu, wie das sein kann. Aber jetzt erstmal zu der französischen Geschichte. Man kann also verstehen, dass es ihm wohl ein bisschen langweilig wurde im Englischen und er sich dachte, dann werde ich doch mal die Weltelite in einer anderen Sprache frühstücken. Und jetzt habe ich vorhin schon erwähnt, dass das Lernen des Wörterbuchs dafür nur die erste Voraussetzung ist. Aber die ist natürlich schon schwer genug. Fangen wir also damit an. Wie zum Henker lernt man ein Wörterbuch auswendig? Tja, man lernt ein Wörterbuch auswendig, in dem man ein irgendwie anders geartetes Gehirn hat als andere Menschen. Nämlich eins mit einem fotografischen Gedächtnis. Wenn man es denn so nennen will. Der Begriff fotografisches Gedächtnis ist natürlich in der Umgangssprache eigentlich ganz gängig. Aber erstaunlicherweise taucht er in der wissenschaftlichen Psychologie kaum auf und ist umstritten. Man sieht hier, dass sich die Wikipedia sogar kategorisch darauf festlegt, dass es keine belegten Fälle dafür gibt. Und nur um dann direkt danach jede Menge teilweise eigentlich recht gut belegte Fälle aufzuführen. Inklusive ganz unten unserem Nigel. Und bei dem muss man es sich wohl tatsächlich ziemlich genau so vorstellen. Dass er Dinge, die er einmal gesehen hat, einfach visuell im Gedächtnisbild und nach Belieben abrufen kann. Es ist ein bisschen unklar, wie wörtlich das im Sinne von fotografischem Gedächtnis zu verstehen ist. Und genau deshalb ist dieser Begriff auch umstritten. Weil nicht ganz klar ist, ob Leute mit dieser Fähigkeit sich einfach nur den Inhalt genau merken können. Oder ob sie dann buchstäblich die Seitenzahl und die Schriftart vor sich sehen, als würde man sich ein Foto angucken. Und auch bei Nigel findet man dazu ein bisschen widersprüchliche Informationen. Manchmal liest man auch unter Berufung auf Aussagen von ihm, dass das buchstäblich so ist. Und er in einem visuellen, mentalen Wörterbuch blättern kann, als hätte er das Buch vor sich. Hier seine eigene Aussage dazu, bei der es nicht ganz so klingt. Aber Fakt ist, er kann Wörter, die er einmal gelesen hat, perfekt im Gedächtnis behalten und dann einfach abrufen. Und so ein klein bisschen kennen wir das natürlich alle, dass wir uns natürlich Dinge durch Lesen merken können. Und vielleicht manchmal sogar auch wissen, wo wir das gelesen haben und wie die Buchseite aussah. Aber das ist dann bei den allermeisten Menschen eher so vereinzelt und zufällig und natürlich nicht auf Knopfdruck und in Perfektion. Ich meine, wir können es ja einfach mal versuchen. Hier ist ein Ausschnitt aus der französischen Scrabble-Wortliste. Viel Spaß beim Auswendiglernen. Wie fängt man da an? Wie merkt man sich diesen ganzen Quatsch? Und selbst wenn man sich ein Wort herauspickt, ebutere, dann können wir uns jetzt sicherlich für den Moment diese Buchstabenabfolge merken. Aber ist die noch da, nachdem man die nächsten 100 Wörter gelesen hat und auch alle versucht hat, sich zu merken? Und ist die in 10 Wochen noch da, wenn man dann bei der WM ist? Und vielleicht manchmal ist es, dass das mit Kontext einfacher ist, wenn man tatsächlich das Wörterbuch liest mit den Bedeutungen. Aber gut, ebutere bedeutet abtrennen und das hier ist eine Verbform davon, macht es das wirklich einfacher. Und selbst wenn man es schafft, sich diese ganze Seite zu merken, dann hat man 0,2% geschafft. Denn das ist ein Fünfhundertstel der kompletten Wortliste. Also eine schier unmögliche Leistung. Aber gleichzeitig muss man wissen, dass Nigel gar nicht der Erste ist, dem das gelingt, eine komplette Scrabble-Wortliste auswendig zu lernen. Und auch vor allem nicht der Erste, dem das als Fremdsprachler gelingt. Denn mit der englischen Turnier-Wortliste haben das schon einige Leute geschafft, inklusive Nigel, der auch alle englischen Wörter kennt. Aber inklusive vor allem auch einiger Spieler aus Thailand, die kaum Englisch konnten. Und man sieht die hier bei den Weltmeistern. Das heißt, man hätte im Jahr 2003 hier schon titeln können, englischer Scrabble-Weltmeister kann kein Englisch. Eigentlich genauso erstaunlich. Und darauf haben einige in der Scrabble-Szene hingewiesen, weil sie das ein bisschen unfair fanden, dass Nigels Leistung hier als komplett neuartig dargestellt wird. Aber man muss auch sagen gleichzeitig, es ist trotzdem komplett neuartig und unerreicht, weil das bei den englischen Wörtern, bei den Leuten, die das geschafft haben, eher eine Frage von Jahren ist. Und Nigel lernte die komplette französische Liste in neun Wochen. Und außerdem schaffen das andere Leute nicht durch bloßes Anstarren. Sondern wir anderen Spieler, und ich zähle mich dazu, weil ich eben die deutsche Wortliste lerne, machen das durch eine Art Vokabeltraining. Also immer wieder die Wörter abfragen. Und die Betonung liegt auch auf immer wieder. Es reicht nicht, ein Wort dann einmal zu sehen in der Regel, sondern deshalb dauert es so lange und deshalb kann das niemand in neun Wochen machen. Nigel guckt sich die Wörter an, liest die durch und dann sind die da. Und das ist einzigartig. Es gibt aber viele vergleichbare Beispiele aus anderen Bereichen von Leuten, die sich Dinge perfekt merken können, nachdem sie sie einmal gesehen oder gehört haben. Zum Beispiel ein früherer NBA-Basketballspieler, der bekannt dafür war, sich ganze Telefonbuchseiten merken zu können und übrigens auch für seine Anagrammierfähigkeit, das heißt im Kopf erkennen zu können, welche Wörter man aus bestimmten Buchstabenkombinationen bilden kann. Das heißt, hätte dem mal jemand eine Scrabble-Wortliste vorgelegt, wäre er vielleicht der frühere Nigel geworden. Aber das ist eine andere Geschichte. Häufig wurden und werden solche Fälle jedenfalls mit dem Begriff Savant bezeichnet oder auf Deutsch auch als Inselbegabung. Ein bisschen inflationär benutzter Begriff, den man, wenn man will, definieren könnte als eine Fähigkeit, die man nicht durch Training erreichen kann, egal wie sehr man es übt. Das sind einfach Dinge, die einzelne Menschen können und es ist unerklärlich, warum sie das können und andere Leute können das nicht einfach durch Übung erreichen. Und es gibt da unglaubliche Beispiele, die man tatsächlich nur deshalb glauben kann, weil sie zweifelsfrei dokumentiert sind. Etwa mein Lieblingsbeispiel, das man hier sieht, ein Mensch fliegt mit dem Hubschrauber über Köln, guckt sich die Innenstadt an und zeichnet sie danach aus dem Gedächtnis ohne Vorlage perfekt ab und jedes Fenster stimmt. Das hier ist der Künstler Stephen Wiltshire. Auch das eine sehr interessante Person, wollte ich an dieser Stelle mal zeigen. Denn das, was Nigel macht im Scrabble, fällt auch in diese Kategorie. Und wir werden später noch sehen, dass sich das nicht nur auf das Wörterlernen beschränkt, aber da fängt es schon an. Niemand sonst im Scrabble jedenfalls kann ein Wörterbuch durchlesen in neun Wochen und alle Wörter behalten. Es klingt in den Medienberichten dann manchmal so, als wäre die einzige Hürde nur, dass man verrückt genug sein muss, um sich neun Wochen dafür Zeit zu nehmen. Aber selbst wenn ihr oder ich das französische Wörterbuch in neun Wochen lesen, haben wir es danach nicht im Kopf. Und man kann also verstehen, dass die französischen Scrabble Champions auch erstmal eine gewisse Skepsis an den Tag legten, als Nigel dann also plötzlich in Frankreich bei der WM auftauchte. Denn, ja, die Dimension möchte ich nochmal veranschaulichen. Wir reden von einer sechsstelligen Zahl von Wörtern. Je nachdem, wie weit Nigel die Liste tatsächlich gelernt hat, theoretisch passen bis zu 15 buchstabige Wörter auf das Scrabble-Brett. Die längsten Wörter braucht man aber so gut wie nie, weil es extrem unwahrscheinlich ist, dass die im Spiel tatsächlich auftauchen. Wir kommen da später nochmal dazu. Aber dem Vernehmen nach hat Nigel die Wörter also bis neun oder zehn Buchstaben gelernt. Gibt es ein bisschen widersprüchliche Informationen. Das sind aber in jedem Fall auch mehrere hunderttausend Wortformen. Nur damit man nochmal den Umfang im Kopf hat. Und das konnte man also erstmal nicht so richtig glauben, dass er die buchstäblich alle auswendig gelernt hat und perfekt im Kopf hat. Und deshalb probierten es einige Spieler bei der WM in den ersten Spielen dann mit falschem Französisch gegen ihn. Also legten ihm Wörter hin, die vielleicht ähnlich aussehen wie tatsächliche französische Wörter, aber die vielleicht grammatisch nicht so richtig funktionieren und so weiter. Mit der Logik, ein Muttersprachler könnte das natürlich durchschauen, aber Nigel bringt kein Verständnis des Französischen mit und deshalb kann man ihn auf diese Weise reinlegen. Und manchmal liest man zu der ganzen Geschichte auch Kommentare in die Richtung, also wenn dieser Mensch das komplette Wörterbuch gelernt hat, wie kann man dann titeln, dass er kein Französisch kann? Also er kennt ja mehr Französisch als jede Französin. Dann kann er doch die Sprache. Aber er hat ja die Bedeutung nicht mitgelernt. Er hat nur die Buchstabenabfolgen gelernt. Und die Sprache definiert sich natürlich durch ihren Gebrauch. Und Nigel kann die Sprache nicht zur Kommunikation benutzen. Mit einer witzigen Ausnahme übrigens, denn man muss im Turnierspiel logischerweise die Punkte für die eigenen Züge ansagen. Und das muss man laut Regelwerk auf Französisch. Das heißt, Nigel kennt natürlich auch die wichtigsten Floskeln so für den Alltagsgebrauch. Bonjour, merci, voli, vokouché avec moi und so weiter. Und quatre-vingt-deux und so. Vermutlich mit starkem neuseeländischem Akzent. Aber er muss die Punkte im Spiel auf Französisch ansagen. Ansonsten kann er sich nicht auf Französisch verständigen, sondern kennt die Wörter nur als gültige Buchstabenabfolgen, als Werkzeuge in diesem Spiel. Und das ist übrigens auch der ultimative Beleg dafür, dass Scrabble nur an der Oberfläche ein Sprachspiel ist. Und im Kern, wenn es um die Strategie, ums Gewinnen geht, geht es eher um sowas wie Mustererkennung und um Mathe. Um Wahrscheinlichkeiten und Zahlen. Dazu passt übrigens auch die Anekdote, wie Nigel selbst zum Scrabble kam. Das hat seine Mutter mal in einem Interview erzählt. Sie hatte es satt, gegen ihren mathematisch hochbegabten Sohn immer in Kartenspielen und so weiter zu verlieren. Und suchte sich deshalb dieses Spiel, weil er so schlecht mit Sprache umgehen konnte. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der beste Scrabble-Spieler aller Zeiten war schlecht in Englisch. Manchmal liest man sogar, dass er eine Art Sprachentwicklungsstörung hatte. Das erinnert an diesen Mythos von Albert Einstein, dass er schlicht in Mathe gewesen sein soll. Was in dem Fall nicht stimmt, aber bei Nigel stimmt es. Und es zeigt eben, dass die Sprache nur das Werkzeug ist und Sprachverständnis nicht zwingend notwendig. Und aus demselben Grund funktionierte dann auch dieser Versuch nicht, ihn in Frankreich mit falschem Französisch reinzulegen. Denn wenn man alle Wörter gelernt hat und tatsächlich sich erkennt, dann kann man natürlich auch erkennen, wenn einem ein Wort Unbekanntes und einfach nicht in der Liste war, die man im Kopf hat. Und dadurch konnte Nigel diese Züge dann beanstanden und dann muss der Gegenspieler das jeweils zurücknehmen. Und ein paar Runden später war also dann allen klar, dass Nigel wohl nicht geblufft hatte damit, dass er meinte, er hat alle Wörter ausmännlich gelernt. Er zog ins Finale ein. Dort traf er auf diesen Herrn aus Gabun mit dem schönen Namen Chélique Ilagou-Récavé und auch dort setzte Nigel sich durch. Das Finale ging über mehrere Runden. Hier sehen wir mal das entscheidende letzte Spiel. Und ihr könnt ja mal schauen, wie viel ihr davon als französisch identifizieren könnt. Und auch hier ist interessant, dass es Chélique im vorletzten Zug mit einem erfundenen Wort versuchte. Hier. Und in diesem Fall ist das völlig sinnvoll, weil er sonst keine Gewinnchance mehr gehabt hätte. Das Spiel wäre verloren gewesen. Und dann kann man das ruhig einfach mal versuchen. Und das hier ist ein sehr kreativer, cleverer Versuch, weil Fanatida sehr nah dran ist an einem gültigen Wort, nämlich Fanatiza. Na, dann kann man natürlich hoffen, dass Nigel das vielleicht mal verwechselt. Aber das war auch hier nicht so. Nigel zweifelt er das an. Zug musste zurückgenommen werden. Chélique zeigt Humor, indem er im nächsten Zug das Spiel mit Fini quasi für beendet erklärt. Und Nigel gewinnt, geht zur Siegerehrung und braucht dort einen Dolmetscher. Und was dann folgt, ist das herrlichste Interview, das ich je gelesen habe. Frage. Nigel, sind wir so schlecht oder bist du einfach der Beste? Nigel, natürlich nicht. Das sind alles ausgezeichnete Spieler. Frage. Nigel, wie lange hast du jetzt Französisch gelernt? Und wir sind hier Ende Juli unterwegs. Seit Ende Mai. Und der Kollege, der dieses Interview für den französischen Scrabble-Verband festhält, ist mutmaßlich ein Turnierspieler, der wie alle anderen auch seit Jahren versucht, sich die ganzen Wörter ins Gehirn zu pauken. Und bei der Information, dass Nigel das mal eben in zwei Monaten geschafft hat, kriegt er hier erstmal ein bisschen orthografische Schnappatmung. Kann man verstehen. Letzte Frage. Hast du eine bestimmte Technik zum Lernen der Wörter? Und der Subtext ist ja ganz klar. Wenn ja, dann verrat sie uns doch bitte. Nigel? Nein. Merci beaucoup für dieses aufschlussreiche Interview, Monsieur Richards. Tja, oder wie die Franzosen sagen, c'est la vie. Nach diesem Triumph meldete sich dann übrigens erstmal der isländische Scrabble-Verband, den es tatsächlich gibt, mit dieser halb ernst gemeinten Aufforderung. Also das ist ja schön und gut, aber Französisch ist halt auch für Anfänger. Isländisch hat so eine komplizierte Grammatik, dass wir zwei Millionen gültige Scrabble-Wörter haben. Lern erstmal die. Das lehnt er aber leider höflich ab. Aber soviel also zum Wörterlernen. Warum habe ich aber also gegen Beginn dieses Videos schon gesagt, dass das nur der erste Schritt ist? Warum kann das allein diesen Weltmeistertitel noch gar nicht erklären? Den Grund dafür sehen wir hier. Hier sind wir jetzt im englischen Scrabble und in dieser Spielsituation sieht jeder erfahrene Turnierspieler ziemlich schnell, dass es einen einfachen Bingo gibt. Also ein Zug, der alle sieben Buchstaben in einem Wort los wird und das gibt 50 Zusatzpunkte und ist damit sehr wertvoll. In diesem Fall ist außerdem noch ein Joker im Spiel, der durch das Fragezeichen gekennzeichnet ist hier und der für jeden beliebigen Buchstaben stehen kann. Und ihr könnt gerne das Video anhalten und versuchen, hier den einfachen Bingo zu finden, denn das ist jetzt ein englisches Wort aus dem völlig normalen Wortschatz, kennt jeder. Und wenn ihr einen kleinen Tipp braucht, man baut dazu das E, das in der untersten Zeile auf dem Brett schon liegt, in das Wort ein. Hier kommt die Lösung. Man macht den Joker zu einem I und spielt Children, Kinder. Wunderbar, Bingo gefunden. Das ist immer die beste Option, die man in einem Zug haben kann. Aber es ist nicht der beste Zug. Und das ist Schritt 2. Denn Schritt 1 ist ja schön und gut. Man kennt im Prinzip alle Wörter, aber es ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, dann in dieser Situation auf die Idee zu kommen, ich könnte ja den Joker zu einem Y machen. Ich könnte drei Buchstaben nutzen, die schon auf dem Spielbrett liegen. Und wenn ich das alles mache, dann kann ich in meinem mentalen Wörterbuchblättern auf diese Seite gehen und dieses eine Wort herauspicken. Chlorodine. Tada! So gespielt von Nigel im Jahr 1998. Drei Jahre, nachdem er überhaupt mit Scrabble angefangen hatte. Und ich weiß nicht, ob ich für Leute, die dieses Spiel noch nie bei Turnieren oder so gespielt haben, vermitteln kann, wie absurd das ist, dass jemand in dieser Situation diesen Zug findet. Aber ich versuche es mal so. Es gibt eine Liste mit den englischen Scrabble-Wörtern, geordnet nach ihrer Häufigkeit in tatsächlichen Spielen. Das heißt, man hat hier eine Scrabble-Software eine Million Mal blitzschnell gegen sich selbst spielen lassen und ausgezählt, wie oft die Wörter im Einzelnen gelegt werden. Und am häufigsten sind ganz klar die kürzesten Wörter, die mit zwei Buchstaben, weil die ständig angelegt werden können und nützlich sind. Und ganz oben steht Qi, wie in Qi Gong. Übrigens auch im Deutschen das häufigste Scrabble-Wort. Und das taucht hier im Englischen etwa in jedem zweiten Spiel auf. 500.000 Mal in einer Million Spielen. Chlorodyne hat in dieser Liste eine Häufigkeit von... Null. Also man spielt eine Million Mal Scrabble und dieses Wort taucht nie auf. So unwahrscheinlich ist das. Und trotzdem schüttelt Nigel das in einer Situation aus dem Ärmel, in der er einen völlig einfachen, super guten Zug hat. Das heißt, da würden viele Leute gar nicht weiter schauen, nachdem sie den Bingo Children gesehen haben. Und nachdem er dieses Wort irgendwann einmal auf einer Wörterbuchseite gesehen hat. Denn er konnte es zu dem Zeitpunkt noch nicht aus der Turnier-Scrabble-Wortliste kennen. Denn die gingen damals nur bis neun Buchstaben. Das muss man sich mal vorstellen. Die Wörter ab zehn Buchstaben und so weiter kommen so selten tatsächlich im Spiel vor, dass sich niemand in der Turnierszene überhaupt bis dahin die Mühe hatte machen wollen, die alle mal rauszuschreiben. Nur Nigel hatte einfach das komplette Wörterbuch gelesen und kannte dieses Wort deshalb. Und es gibt aus Nigels langer Turnierkarriere eine ganze Reihe ähnlicher Beispiele. Also hier findet er ebenfalls den einzigen Bingo, Lattifondi. In dieser Situation verlängert Nigel Zapp-Zap zu Zappateados. Und hier findet er das schöne englische Wort für einen Film, der auf die Tränendrüse drückt. Tier Jerker. Und weil es so schön ist, hier noch ein paar Beispiele für verrückte Wörter, die Nigel alle schon gelegt hat im Englischen. Und das sollte man jetzt nicht so verstehen, dass andere Weltklasse-Spieler sowas nicht hinkriegen. Also es gibt viele, viele tolle Beispiele für ähnlich großartige Züge von anderen Spielern. Der Unterschied liegt eigentlich vor allem darin, dass Nigel das unglaublich konstant macht. Also dass es bei ihm nicht die Ausnahme ist, dass er so einen Zug findet, wenn der möglich ist, sondern die Regel. Und das gilt nicht nur für solche ganz spektakulären Züge, sondern auch für viel normalere Situationen, die im Scrabble aber trotzdem richtig tückisch sein können. Und damit meine ich sowas wie diese Situation hier. Man hat hier ganz simple Buchstaben und es ist nicht die Schwierigkeit für Weltklasse-Spieler hier draus den Bingo zu machen, nämlich Destin, muss uns jetzt nicht kümmern, was das ist, ist ein gültiges Wort. Und auch zu sehen, dass man das an dieser Stelle aufs Brett legen kann. Und dann denkt man, wunderbar, ich habe den besten Zug gefunden. Denn das ist ein Bingo, man ist auf dem doppelten Wortwert. Besser könnte es nur werden, wenn man hier den dreifachen Wortwert nutzt, aber das geht nicht, weil C, C, E kein englisches Wort ist, sondern nur ein französisches natürlich. Aber wir spielen hier Englisch. Aber man hat nicht den besten Zug gefunden. Der beste Zug ist dieser hier. Man quetscht einen anderen Bingo an sechs andere Wörter so parallel dran. Das müssen natürlich alles dann gültige Wörter sein und das ist alles gültig. Und das sammelt insgesamt neun Pünktchen mehr. Und das Problem ist ja jetzt nicht, dass andere Leute diese Lösung nicht finden könnten. Ich würde sogar davon ausgehen, dass Weltklasse-Spieler die zu 80%, 90% finden werden, in den meisten Fällen. Nein, aber nicht mit 100%. Man wird es manchmal übersehen, einfach weil dieser Zug auf einer anderen Schwierigkeitsstufe ist, als der offensichtliche. Der offensichtliche Zug rechts reicht locker zum Gewinn, weil man schon weit vorne liegt. Und dieses Muster, dass man sechs Parallelwörter auf einmal bilden kann, kennen zwar natürlich alle, aber es kommt selten so vor. Und deshalb kann man das leicht übersehen. Und es gibt ständig solche Situationen, bei denen die perfekte Lösung einfach knifflig zu sehen ist. Und in einem Spiel wie Scrabble, in dem man in einer typischen Situation hunderte mögliche Züge hat, kann man einfach keine 100% erreichen. Verpasser sind unvermeidlich in so einem komplizierten Spiel. Wenn ihr selbst Scrabble spielt und der Meinung sein solltet, dass ihr eigentlich immer alles gut seht, dann schreibt eure Spiele mal mit. Gebt sie in so eine Software ein und erlebt euer blaues Wunder, was ihr alles überseht. Und ich würde mir tatsächlich eher zutrauen, die französische Wortliste komplett zu lernen, als ein Level in diesem Spiel zu erreichen, bei dem ich keine Züge übersehe. Das geht nicht. Und das ist eigentlich auch ganz logisch, weil das Gehirn so eine komplexe Situation automatisch irgendwie vereinfachen muss und unwichtige Details aussortiert, weil man einfach nicht auf alles auf einmal achten kann. Schon gar nicht unter Zeitdruck in einem Turnierspiel, wo man nur zwei oder drei Minuten pro Zug hat. Weniger anfällig dafür können aber Menschen mit Autismus sein, bei denen häufig ein solcher psychologischer Filter weniger ausgeprägt ist, sodass man mehr Details wahrnimmt und erstmal alles als gleich wichtig wahrnimmt. Das kann im Alltag natürlich auch sehr belastend sein, aber es kann eine Teilerklärung für so eine Fähigkeit sein. Aber das eigentlich auch nicht ganz erklären, denn in der Scrabble-Weltklasse dürften genug Menschen mit Autismus unterwegs sein. Das heißt nicht, dass man so eine Inselbegabung hat. Und ich kann natürlich auch nur spekulieren, ob Nigel ins Autismus-Spektrum fällt. Es kommt mir ehrlich gesagt ziemlich wahrscheinlich vor. Aber man weiß es nicht. Fakt ist aber, es gibt hunderte archivierte Spiele von ihm und ich habe mich um Kopf und Kragen recherchiert und eine Situation gefunden, in der er anscheinend einen Zug verpasst hat. Wenn hier die Mitschrift dieser Buchstaben stimmt, da kann man dann auch nicht ganz sicher sein. Aber ansonsten nada. Fehlanzeige. Ein Zug nach dem anderen. Egal, ob es darum geht, hier ein obskures Worten mit dem Q am Ende zu finden. Auch das ist einfach ein sehr ungewöhnliches Muster. Oder darum, aus Convo Convolut zu machen. Oder bei diesen Buchstaben überhaupt auf die Idee zu kommen, dass hier ein Bingo möglich sein könnte. SingSong. Auch das alles Züge, die andere Spieler auch finden können. Aber warum schleicht sich da nicht einmal ein Verpasser ein? Also man denkt, irgendwann kann dieser Mensch nicht auch einmal Tomaten auf den Augen haben und zeigen, dass er ein normaler Mensch ist. Es sollte nicht möglich sein. Wie man übrigens auch an anderen Spielen sieht. Schach spielen weit mehr Menschen als Scrabble und trotzdem gibt und gab es noch nie einen perfekten Schachspieler. Und jeder einzelne Spieler dort hat diese psychologische Einschränkung, dass man einfach ab und zu einen Blackout hat. Die besten Spieler nur einfach seltener als andere. Magnus Carlsen, der aktuelle Weltmeister und wahrscheinlich der beste Schachspieler überhaupt, stellte kürzlich in einem Online-Spiel eine Figur so hin, dass sie einfach geschlagen werden konnte. Ein absoluter Anfängerfehler und seine Reaktion sagt schon alles. Also das passiert einem einfach, egal wie gut man ist. Und Nigel im Scrabble und übrigens Marion Tinsley, den ich schon erwähnt habe, im Damenspiel sind die unerklärlichen Ausnahmen. Und das mussten dann auch die Franzosen erfahren, denn es gibt eine Scrabble-Variante namens Duplikat. Dabei spielt man nicht 1 gegen 1, sondern alle spielen simultan mit denselben Buchstabenkombinationen. Alle bekommen dieselbe Bank und gesucht ist dann ausdrücklich der punktreichste Zug in der jeweiligen Situation. Egal wie bescheuert dieser Zug aus strategischer Sicht in einem normalen Spiel vielleicht wäre. Und am Ende gewinnt dann logischerweise die Person, die insgesamt am wenigsten Punkte gegenüber den optimalen Lösungen liegen gelassen hat. Diese Variante, also Scrabble ohne Strategie, sondern eher so als Keuzworträtsel, ist im französischen Turnierbetrieb tatsächlich der beliebtere Modus und der vielleicht wichtigere Teil der Weltmeisterschaften. Also das, was wir eigentlich als Scrabble kennen, läuft dort eher als Nebenvariante unter dem Namen Klassik. Und diese Klassik-Weltmeisterschaft gibt es überhaupt erst seit 2006. Die Duplikat-WM im Französischen gibt es seit 1972. Und dementsprechend war hier dann eigentlich sogar die stärkere Konkurrenz zu erwarten für Nigel als in dem eigentlichen Scrabble-Wettbewerb 1 gegen 1. Denn es gibt dann oft auch die Ansicht, dadurch, dass Duplikat so vorherrscht im französischen Raum, sind die meisten Spieler gar nicht so strategisch fit in dem eigentlichen Spiel, weil sie diese Strategie im Duplikat eben nicht brauchen. Aber im Duplikat haben sie Erfahrung und die Weltrangliste umfasst über 15.000 Spieler. Das heißt, das ist der eigentliche Härtetest. Und Nigel hatte hier tatsächlich gewisse Startschwierigkeiten, wie man hier sieht, aber nicht zuletzt dadurch, dass er Züge formal falsch eingereicht hat und weniger dadurch, dass er welche übersehen hätte. Er hat aber tatsächlich hier auch Züge übersehen, aber nur bis 2017. Seit 2017 bedeutet das, was man hier mit dem Begriff Top gekennzeichnet sieht, jeweils, dass Nigel hier keinen einzigen Punkt mehr liegen gelassen hat. Und jeder dieser Wettbewerbe besteht aus mehreren Partien. Und wenn man das alles zusammennimmt, sind das hier seit 2017 ungefähr 900 fehlerfreie Züge am Stück. In einer Fremdsprache, nur um das nochmal zu betonen. Und konkret kann das dann zum Beispiel so aussehen. Ihr könnt hier gerne das Video anhalten und versuchen, den Zug zu finden, den Nigel gespielt hat. Denn es ist zwar französisch, aber im Prinzip solltet ihr ihn alle finden können. Hier kommt die Lösung. Ebutteret. Also genau das Wort, das wir vorhin hervorgehoben haben. Und obwohl wir es also alle vor ein paar Minuten gesehen haben, habe ich den Verdacht, dass hier jetzt nicht allzu viele von euch da saßen und meinten, na oui, très simple, ebutteret. Ähnliches gilt für diese Situation, wo die meisten versammelten Muttersprachler nicht den Zug fanden, den Nigel fand, nämlich en brancha, durch zwei schon liegende Buchstaben hindurch. Und in dieser Situation fanden neben Nigel nur sieben von über 100 anderen Spielern den besten Zug. Nämlich wieder so ein Mauerwerk, das man an sechs andere Wörter dran quetscht. Et pere. Das ist einfach super schwer zu sehen. Gerade weil man hier in dieser Variante Blitzscrabble spielt und nur, ich glaube, eine Minute Zeit dafür hat. Und auch hier gilt, dieses Spiel ist einfach so schwer und es ist so leicht, irgendwo mal irgendein Detail zu übersehen, dass die weltbesten anderen Spieler sich mit jahrelanger Übung hier der Perfektion annähern, aber immer noch ab und zu mal einen Fehler machen. Einmal hatte jemand die Duplikat-WM ohne Punktverlust gewonnen und dann kommt so ein Neuseeländer daher, der nicht mal ein Croissant bestellen kann und macht das seit 2017 lockerflockig jedes Mal. Und man kann verstehen, dass die Reaktionen darauf unterschiedlich ausfielen. Die hauptsächliche Reaktion war natürlich auch hier einfach Verblüffung. Und das wird gut zusammengefasst im Zitat eines französischen Spielers. Wir wussten schon, dass er ein Monster war und zwar nur nicht klar, dass er auch ein Computer ist. Also einfach diese erstaunliche Feststellung, dass wie bei einem Computer es keine Schwierigkeitsunterschiede zwischen den Zügen zu geben scheint. Also dieses ganz normale Phänomen, dass manche Züge schwerer zu finden sind als andere, scheint bei Nigel nicht da zu sein. Und das kommt auch in dieser Anekdote durch, nach der ein anderer Duplikatspieler, der mit Nigel gut befreundet ist, ihm nach jedem Spiel die Züge zeigt, bei denen er vermuten würde, dass sie von den wenigsten Leuten im Raum gefunden wurden, also dass sie die schwersten waren. Und Nigel soll demnach hier so zurückgefragt haben, wie er das denn bitte erraten kann, denn was soll denn ein Zug schwerer machen als einen anderen? Und dass er das irgendwie nicht nachvollziehen kann, sagt schon alles. Neben Verblüffung und Staunen gab es aber auch andere negative Reaktionen. Also manche haben sich in die Richtung geäußert, dass das einfach den Wettbewerb kaputt macht, dass Nigel außer Konkurrenz antreten sollte, damit die anderen überhaupt noch um was spielen können. Und wie man hier sieht, tauchte natürlich auch die Meinung auf, dass das irgendwie nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Aber um auch das kurz abzuhandeln, es gibt keinerlei Hinweise auf Schummeln in irgendeiner Form. Und die Mehrheit ist aber auch in Frankreich nach meinem Eindruck genauso ein Fan von Nigel wie der Rest der Scrabble-Welt und möchte ihn gern bei Turnieren dabei haben. Und damit fehlt uns immer noch ein dritter Schritt zur Scrabble-Perfektion. Man kennt also alle Wörter, man findet auch alle Wörter auf dem Brett und trotzdem wäre man mit nur diesen beiden Schritten noch nicht der weltbeste Spieler. Denn im normalen Scrabble, also nicht im Duplikat, ist die Aufgabe eben nicht einfach, den punktreichsten Zug zu finden. Wenn man mit sowas wie Chlorodine 80 Punkte machen kann, dann ist das wunderbar, dann sollte man das auch spielen. Aber in den meisten Situationen hat man nicht so einen herausragenden Zug, sondern muss stattdessen zwischen oft sehr vielen ähnlich guten Zügen auswählen. Und der punktreichste Zug ist dann oft nicht der beste, denn andere Züge können strategisch sinnvoller sein. Es geht stattdessen um den Zug mit der höchsten Gewinnchance. Und den herauszufinden, ist viel schwieriger, als es gelingt. Tatsächlich ist Scrabble in der Hinsicht so kompliziert, dass selbst die beste Software, die wir bisher haben, weit davon entfernt ist, dieses Spiel irgendwie zu lösen. Sondern in komplizierten Situationen sind das auch eher Näherungen, die man da angeben kann. Es gibt aber eine Ausnahme davon. Am Ende eines normalen Scrabble-Spiels gibt es keinen Zufallsfaktor mehr. Denn wenn alle Buchstaben gezogen sind und keine mehr im Buchstabenbeutel sind, wissen ja beide Spieler, welche Buchstaben alle schon gespielt wurden, welche also noch fehlen und damit beim Gegner auf der Bank sein müssen. Und damit ist kein Zufall mehr im Spiel. Man kann theoretisch jetzt alles komplett durchgehen. Was sollten beide Spieler in welcher Reihenfolge legen, sodass es für sie jeweils optimal ist. Aber die Betonung liegt dabei darauf, dass man es theoretisch komplett durchgehen könnte. Praktisch ist es oft viel zu kompliziert. Die Möglichkeiten multiplizieren sich so sehr, dass sogar die aktuell besten Scrabble-Programme davor kapitulieren und sich mit einer sehr guten Näherung begnügen. Auch hier, sie lassen manche Züge, die sehr wahrscheinlich nicht optimal sind, von vornherein raus, weil das Durchrechnen aller Zugabfolgen sonst im Extremfall Stunden dauern könnte und einfach nicht praktikabel ist. Aber man kann natürlich ein Programm schreiben, das wirklich alles durchrechnet und dann einfach die entsprechende Geduld aufbringen. Und genau das taten im Jahr 2020 ein Turnierspieler und ein Programmierer, beide aus Frankreich, kein Wunder, die waren ein bisschen traumatisiert. Francis Desjardins und Gilles Blanchet. Und damit analysierten sie dann 400 Spiele von Nigel im englischen Scrabble. Und dabei eben jeweils die letzten Züge der Partie, also das Endspiel, wo man alles genau durchrechnen kann. Und in diesen Spielen fanden sie fünf Fehler von Nigel, was schon mal eine Nachricht an sich ist. Nigel macht vereinzelte Fehler. Aber die Zahl relativiert sich ein bisschen, wenn man es damit vergleicht, wie die Standardsoftware, die eben zur Sparsamkeit nicht alles perfekt durchrechnet, wie diese Software abschneidet. In denselben Spielen hätte diese Software 25 Fehler gemacht. Und das heißt quasi, Nigel löst Endspiele, bei denen der Computer sagt, das ist mir zu kompliziert, wir haben doch nicht ewig Zeit. Allein das zeigt übrigens auch schon, dass hier kein Schummeln im Spiel sein kann, wenn es ja quasi der Computer ist, der Nigel zum Schummeln bräuchte und nicht andersrum. Noch frappierender sind eigentlich die Statistiken für die jeweilige menschliche Gegenseite. Denn Nigel spielt ja in diesen Spielen immer gegen jemanden und dessen Endspiel kann man natürlich auch überprüfen. Und selbst wenn man sich hier auf die Spieler konzentriert, die zur Weltspitze gehören, mal in den Top 10 der Weltrangliste waren, findet man hier nicht 5, nicht 25, sondern 146 Fehler. Und wenn man genau hinschaut, sogar nur in der Hälfte der Spiele. Nigel gibt hier 21 Punkte insgesamt auf gegenüber den perfekten Computerlösungen. Die Gegenspieler 1467. Weil auch hier gilt, eigentlich ist die Aufgabe zu schwer, als dass man sie lösen könnte. Jedes Mal zumindest. Manche Endspiele sind sehr einfach, aber manche sind so kompliziert, dass man es auch nur als Inselbegabung bezeichnen kann. Und damit sind wir jetzt quasi bei drei Inselbegabungen am Stück, nämlich dem Lernen der Wörter, dem Finden aller Züge und dann noch den perfekten Durchrechnen aller strategischen Feinheiten. Um auch dazu ein Beispiel zu zeigen. Englische Scrabble. Nigel ist am Zug mit den Buchstaben, die man hier sieht. Rechts oben sieht man die Buchstaben, die sein Gegenspieler noch hat, was Nigel eben weiß, weil man das, ja, rückschließen kann. Hier hat Nigel 888 mögliche gültige Züge, was vielleicht erst mal verblüfft, dass es so viele sind, die hier noch möglich sind, aber der Joker spielt hier eine ganz große Rolle. Der multipliziert die Möglichkeiten. Und ein sehr großer Teil davon ist offensichtlich Quatsch. Muss man nicht in Betracht ziehen. Aber trotzdem, 887 dieser Züge würden in der Tabelle, die wir gerade gesehen haben, als Fehler auftauchen, weil sie nicht zum allerbesten Endergebnis führen. Denn das bekommt man, wenn man hier BI legt, um dann nach der Antwort des Gegenspielers das Spiel im nächsten Zug zu beenden mit DECAGONAL. Und allein schon dieses Wort ist wieder so eins, das bei Turnieren kaum jemand überhaupt kennen wird. Und mal zum Vergleich, in meinen eigenen deutschen Turnierspielen löse ich weniger als die Hälfte meiner Endspiel-Situationen perfekt. Auch, weil ich es oft gar nicht richtig versuche. Denn wenn das Spiel klar gewonnen ist oder klar verloren, dann zerbreche ich mir nicht noch 10 Minuten den Kopf, um jeden einzelnen Punkt rauszuholen. Dann nehme ich den sicheren Sieg oder die sichere Niederlage, weil ich eh weiß, dass ich das nicht komplett werde lösen können. Aber selbst, wenn ich es versuche, weil es wirklich noch um was geht, bin ich tendenziell überfordert. Zum Beispiel geht es in dieser Situation hier für mich um den Turniersieg. Und man sieht unten die Buchstaben, die ich noch auf der Bank habe. Man sieht rechts oben die, die mein Gegenspieler noch hat. Und man kann sich hier die Optionen anzeigen lassen, die ich habe. Sketch, Heckt, Icke, Hick, Heckt, Kicher, Icke, Ecke, Hecht, Ticker, Eck und so weiter. Und das sind ja noch längst nicht alle. Und zum einen muss man die jetzt natürlich erstmal alle sehen. Also die Möglichkeit für Sketch habe ich hier im Spiel gar nicht bemerkt. Und dann muss man ja für jeden Zug im Prinzip durchrechnen. Wenn ich das mache, was kann dann mein Gegenspieler machen? Was kann ich dann im Zug danach machen mit den Buchstaben, die ich noch behalten habe? Und was ist dann die perfekte Abfolge? Also unglaublich viel Kopfrechnen. Und das ist eigentlich zu kompliziert und deshalb macht man sich das einfacher mit Faustregeln. Zum Beispiel sehe ich hier, dass der attraktivste Zug für meinen Gegenspieler erstmal umleg wäre mit den Buchstaben, die er noch hat an dieser Stelle. Und deshalb ist es wahrscheinlich, dass mein bester Zug diese Stelle zumacht. Und damit nähere ich mich dann einer Lösung an, habe hier letztendlich diesen Zug gespielt, der hier tatsächlich auch die optimale Lösung ist. Aber das finde ich nach 10 Minuten drüber nachgrübeln und bin auch dann nicht sicher, ob es optimal ist, sondern kontrolliere es nachher mit dem Computer. Denn solche Faustregeln können einen manchmal eben auch in die Irre führen, wenn plötzlich so eine ganz absurde Lösung irgendwo versteckt ist, wie eben gerade die Kaganer. Und der Unterschied dazu ist dann eben, Nigel guckt auf so eine Situation ein Minütchen im Zweifelsfall und spielt dann ohne erkennbare Mühe den perfekten Zug. Also es ist auch noch so mühelos. Und das ist eigentlich unerklärlich. Das ist der dritte Teil dieser Inselbegabung. Was diese Endspiele angeht, ist es also schwarz auf weiß belegbar, was der perfekte Zug ist. Das gilt im Scrabble ansonsten, wie gesagt, nicht. Durch den Zufallsfaktor stößt auch die Computeranalyse zumindest bisher an theoretische Grenzen. Wir können also nicht sicher sagen, wie Nigel auf der strategischen Ebene abschneidet, ob er auch da so annähernd perfekt unterwegs ist, wie beim Wörterlernen und beim Wörterfinden. Aber es sagt schon alles, dass in den wenigen Fällen, in denen Nigel und die Software unterschiedliche Züge bevorzugen, Kommentatoren in der Regel davon ausgehen, dass der Computer Unrecht hat. In vielen Situationen ist es, wie gesagt, schwer zu beurteilen, welcher Zug einem die beste Gewinnchance bietet. Und auch in dieser Hinsicht fällt Nigel dann auf. Er macht oft unorthodoxe Dinge in strategischer Hinsicht. Und bei vielen Zügen wird dann gesagt, also sowas spielt nur Nigel. Und da wollen wir uns noch ein paar Beispiele anschauen. Angefangen mit diesem hier. Hier liegt Nigel gegen Ende eines Spiels in Rückstand und er hat das Q, das immer der störendste Buchstabe ist und das hier ganz klar weg muss. Die Frage ist, legt man jetzt Q-A-D-I, legt man Q-A-I-D, das sind beides komische arabische Lehnwörter im Englischen, die man im Deutschen nicht spielen kann, aber im Englischen Scrubble schon. Oder einfach hier links das bekannte Qi. Und die Kommentatoren bei diesem Spiel debattierten dann, ja, welcher dieser drei Züge jetzt irgendwie strategisch den größten Vorteil bringt, denn es ist völlig klar, dass man hier das Q weglegt, das ist strategisches 1x1, es sei denn, man ist Nigel, dann legt man das Q nicht weg, sondern spielt diesen Zug für 12 Pünktchen, also auch noch für weniger Punkte als die Q-Züge. Und das hat folgenden Grund. Man behält mit diesem Zug die Buchstaben Q, I und L und es kommen noch drei Us bei den Buchstaben, die man nachziehen kann und damit legt man sich hier die Möglichkeit vor, im nächsten Zug Quail an diese Stelle zu legen, wenn man sich das A von Aeroid da jetzt nochmal hindenkt. Man muss nur ein U nachziehen, um dort diesen Zug zu haben und das Q ist dann dreifach, das ganze Wort ist doppelt und dadurch wäre es ein 70-Punkte-Zug. Und Nigel muss ja irgendwie aufholen, liegt weit hinten und damit gibt er sich hier also eine konkrete Gewinnchance und diese konkrete Chance wäre mit dem Standardzug, mit dem man das Q weglegt, nicht da. Und das ist nur Teil 1, Teil 2 ist, dass man Aeroid verlängern kann, weil es auch das Wort Leroid gibt. Und Nigel hätte hier also direkt das L, das er ja schon hat, auch dranlegen können, aber er behält es, damit er vielleicht auch dort die Möglichkeit hat, dann hier im nächsten Zug Quail hier oben hinzulegen. Also ein doppeltes Setup, so nennt man diesen Zug dann auch, der eine konkrete Möglichkeit für den nächsten Zug vorbereitet. und auch hier gilt, den Zug können auch andere Spieler finden, denn diese grundsätzliche Taktik kennen auch alle anderen, aber man muss dafür so um die Ecke denken. Also andere Spieler finden diesen Zug vielleicht an einem guten Tag und Nigel spielt diese Züge genauso regelmäßig, wie er eben diese Chlorodine Züge und so weiter findet. Und auch die Computersoftware kommt nicht von selbst auf diesen Zug, weil auch hier ein bisschen gespart wird und man so einen Zug für wenige Punkte, der überhaupt keinen Sinn zu ergeben scheint, gar nicht berücksichtigt. Erst wenn man ihn dann selbst mal ausdrücklich analysieren lässt, kommt die Software auch auf den Trichter naja, das ist eigentlich eine ganz gute Idee, das wollte ich auch gerade vorschlagen. Hier ein weiteres schönes Beispiel, auch in dieser Situation liegt Nigel kurz vor Spielende in Rückstand und auch hier spielt er einen für erfahrene Spieler komplett dämlich aussehenden Zug. Denn wenn man hinten liegt, braucht man punktreiche Züge, um aufzuholen und das sind in erster Linie Bingos. Bei Bingos ist immer erst mal die Frage, wo könnten sie auf dem Spielbrett überhaupt noch hinpassen, denn es sind naturgemäß lange Wörter, die brauchen Platz. Und in dieser Situation ist an Bingo-Stellen eigentlich nur die obere Kante des Bretts erkennbar, also dort durch die ganz freien Zeilen könnte ein langes Wort hinpassen. Und Nigel spielt genau dort diesen Zug, der das blockiert. Und wenn das ein Anfänger spielen würde, würde ich sagen, also Moment mal, ich muss jetzt erstmal ein paar Grundlagen erklären. So einen Zug willst du gerade nicht spielen hier, weil du ja aufholen musst und den Platz für Bingos brauchst. Sowas spielt man, wenn man vorne liegt und den Vorsprung verteidigen will. Aber Nigel spielt das und er spielt es wieder aus einem ganz konkreten Grund. Denn mit M-U-I-L, uns muss jetzt wieder nicht kümmern, was das Wort bedeutet, es ist gültig, behält er die Buchstaben E-R-T-W. Im Buchstabenbeutel sind noch mehrere A's und ein Joker und damit könnte er mit E-R-T-W zusammen Water erwischen und damit das Wort Tide, das hier auf der rechten Seite des Spielfelds liegt, zu Water Tide verlängern, wasserdicht. Und durch den dreifachen Wortwert sind es dort 60 Punkte, kein Bingo, aber genug, um aufzuholen und Nigel erkennt, dass das seine realistischste Gewinnchance ist und spielt deshalb diesen Zug. Auch hier ist nicht der Punkt, dass andere Leute darauf nie kommen würden. Das ist eine bekannte Taktik, auf ein bestimmtes Wort zu hoffen, wenn das die beste Chance ist und in diesem Fall erkannten das sogar die Kommentatoren dieses Spiels und schlugen vor im Livestream, dass das vielleicht eine gute Idee wäre, aber der Unterschied ist wieder, Nigel findet diese Möglichkeiten einfach jedes Mal, während andere Leute das finden, wenn sie vielleicht einen guten Tag haben und so einen kreativen Einfall haben. Also dieser Mensch denkt so routiniert um die Ecke, wie andere Leute sich die Schuhe binden und die Paradedisziplinen für solche Sowas spielt nur Nigel-Züge sind sogenannte Setups. Ein Setup ist ein Zug, da waren wir gerade schon ein bisschen dabei mit Aeroid, mit dem man sich eine konkrete Gelegenheit für den nächsten Zug eröffnet. Und das bekannteste Setup von Nigel kam in einem WM-Finale, in dieser Situation Je, das französische Spiel, kann man im Englischen und im Deutschen legen, als J-E-U, aber anders als im Deutschen kann man es im Englischen auch mit dem französischen Plural schreiben, mit X hinten dran. Und damit liegt es in dieser Situation mit den Buchstaben, die man unten sieht, nahe das X punktreich zu verwerten, indem man es hier auf den dreifachen Buchstabenwert legt. Und die Kommentatoren bei diesem WM-Finale meinten dann schon, also so wie wir Nigel kennen, lässt er das X vielleicht noch weg, um es im nächsten Zug in beide Richtungen gleichzeitig zu legen und damit um ein Vielfaches teurer zu bekommen, meinten dann aber gleichzeitig auch, also das ist ein bisschen zu verrückt, hier 24 Punkte aufzugeben in diesem Zug und 10 statt 34 Punkte zu nehmen, das macht nicht mal Nigel. Und prompt spielt er es. Das ist ein absolut furchtloser Zug, hier 24 Punkte aufzugeben, weil man auf den Mehrwert im nächsten Zug hofft. Wenn man sowas legt, muss man sich echt sicher sein, dass man weiß, was man tut in einem WM-Finale. Das ist quasi die Scrabble-Variante des Panenka-Elvers im Fußball. Aber, und das ist auch ein Grund, warum Nigel diese Züge nach eigener Aussage gerne spielt, man stellt hier auch den Mitspieler vor ein echtes Problem, denn es ist ja völlig klar, worauf man hinaus will und damit muss der andere jetzt darauf reagieren. Man hat komplett die Initiative ergriffen, die andere Person muss reagieren, kann nicht das machen, was sie vielleicht eigentlich an einer anderen Stelle legen wollte, sondern muss sich hier drum kümmern. Und in diesem Fall führte das dazu, dass der Gegenspieler zwar die beste Möglichkeit mit den eigenen Buchstaben fand, darauf zu reagieren, aber damit auch viel Zeit verstreichen ließ für diesen Zug und dann kann schnell Zeitdruck auch passieren in so einem Turnierspiel. Und in diesem Fall half es auch nur so begrenzt, weil trotzdem noch ein 70-Punkte-Zug möglich war. Man wundert sich vielleicht, dass ch ein gültiges Wort ist im Englischen, aber geht und damit kann man hier exakt für 70 Punkte legen. Wenn man lernen will, wie man optimal Scrabble spielt, kann man sich also Nigels Spiele anschauen, die englischen oder die französischen, denn auch diese Leistung übertrug er also einfach in diese Fremdsprache, in der die Buchstaben ganz anders zu bewerten sind und andere strategische Funktionen im Spiel erfüllen. Und es würde zu weit führen, das alles hier noch genauer auszuführen. Ich werde sicher noch mal ein eigenes Video zu Scrabble-Strategie nach Nigel machen. Ich denke aber auch, an dieser Stelle würden viele Spieler, die auch auf Weltklasse-Niveau spielen, ein bisschen protestieren, dass man auch Nigels Spielstil nicht einfach als fehlerfrei annehmen sollte und dass man viele Züge von ihm kritisieren oder auch als Fehler ansehen kann. Das ist auf jeden Fall so, einfach weil in vielen Situationen eben niemand sicher wissen kann, was der beste Zug ist und man kann viele Beispiele finden für Züge, die die Software oder andere Experten als Fehler einstufen. Und, noch interessanter, es gibt auch ganz eindeutige, unzweifelhafte Fehler, aber bei denen ist dann wiederum interessant, dass sie, soweit ich welche finden konnte, total simple Fehler sind. Einer der wenigen Züge, bei denen Nigel im französischen Duplikaten einen Fehler machte, am Anfang seiner Wettbewerbe dort, war eine Situation, in der ein zweibuchstabiges Wort die meisten Punkte brachte. Die simpelste Art von Zug überhaupt im Scrabble, also nicht so ein absurder, neunbuchstabiger Zug, bei dem man meint, das kann man mal übersehen, sondern was total Einfaches und das entgeht Nigel dann plötzlich einmal und im englischen Scrabble genauso. Nigel spielt mal ein ungültiges, dreibuchstabiges Wort. Das ist vergleichbar mit Magnus Carlsen, der übersieht, dass der Läufer seinen Turm schlagen kann. Nigel zweifelt das Wort Vaped an, ein völlig normaler Bestandteil der englischen Sprache. Nigel spielt tatsächlich auch mal aus Versehen ein französisches Wort in einem englischen Spiel, was von den Kommentatoren dann trocken mit Naja, wir hatten ja diese Woche auch schon eine Sonnenfinsternis quittiert wurde. Und zu guter Letzt noch der seltsamste Glitch in der Matrix. In dieser Situation hat Nigel kurz vor Schluss den Blanco, ein wertvolles S, aber auch ein ziemlich störendes V. Und es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, das V wegzulegen und den Blanco zu behalten und sich damit eine gute Siegchance zu ermöglichen. Das Problem ist aber, die Situation objektiv perfekt durchzurechnen, ist hier extrem kompliziert, weil noch vier Buchstaben kommen. Und wenn man hier einen Zug mit vier oder mehr Buchstaben spielt, kann man theoretisch durchrechnen, was alles passieren kann, wenn eine bestimmte Kombination aus vier Buchstaben noch im Beutel ist. Aber dann muss man jeweils das jeweilige Endspiel komplett durchrechnen und das überfordert dann beruhigenderweise auch Nigel. und ich denke, das ist das, was hier passiert ist. Denn es gibt hier, wie gesagt, Möglichkeiten, einen sinnvollen Zug zu spielen, der auf Faustregeln basiert. Aber Nigel hat hier anscheinend versucht, alles durchzurechnen und das Ergebnis ist dann quasi ein Kurzschluss, ein Computerabsturz und er spielt diesen Zug und legt den Blanco weg. Und das ist ein so blödsinniger Zug, das ist so ein Anfängerfehler, das ergibt auf so keiner Ebene irgendeinen Sinn, dass die Reaktion von David Elder, dem wie gesagt schon zweitbesten Spieler, als Kommentar hier schon alles sagt. Der Zug ergibt einfach keinen Sinn und man hat es auch durchgerechnet, das haben dann wieder die Programmierer gemacht mit der Software, die ich gerade schon genannt habe. Dieser Zug verliert bei perfektem Spiel des Gegners in jedem Fall, egal was nachgezogen wird. Es ist ein Verlustzug. Gleichzeitig spielte Nigels Gegner dann aber nicht perfekt und Nigel gewann das Spiel. Also hat er dann diesen Fehler wieder heraufbeschworen, was natürlich auch ein Strategieaspekt sein kann, dass man es einem Gegner irgendwie schwierig macht oder so in Verwirrung stürzt auch oder was ist da jetzt los? Also das ist schwer zu sagen, aber für mich ist es ein weiterer unerklärlicher Aspekt, dass die ganz wenigen Fehler, die dieser Spieler macht, nicht daran liegen, dass er den wirklich Schweigenzug mal nicht sieht, sondern dass ich dann wie bei einem Computerprogramm so total merkwürdige Bugs einschleichen, durch die dann plötzlich ganz grundlegende Dinge nicht funktionieren. Ich denke aber, insgesamt sollte klar geworden sein, warum Nigel in der Scrabble-Szene nicht nur für diese merkwürdige Fähigkeit bewundert wird, so ein Wörterbuch auswendig zu lernen, sondern generell auch dafür, dass er Scrabble auf einem komplett anderen Level spielt als andere Leute. Und bei all dem habe ich mich jetzt noch fast gar nicht dazu geäußert, was das eigentlich für ein Mensch ist, denn das gehört hier auf jeden Fall noch dazu. Es ist auch bei anderen extremen Ausnahmetalenten oft so, wie zum Beispiel bei den Herren Bradman und Tinsley, die ich schon erwähnt habe, dass sie als sehr eigenartige, exzentrische Charaktere beschrieben werden, mal äußerst angenehm, also auch der Damenspieler Tinsley soll ein super netter Mensch gewesen sein, andere eher kompliziert, wie bei Bradman. Und der eine Teil dieser Exzentrik im positiven Sinne ist bei Nigel, dass er null Interesse an Öffentlichkeit hat. Er spricht grundsätzlich nicht mit der Presse, es gibt keine Interviews, was die Recherche für dieses Video auch ein bisschen schwierig machte und er findet einfach die Fragen dämlich. Deshalb will er keine Interviews machen. Er ist in keinen sozialen Netzwerken und so weiter. Dementsprechend wenig ist über seinen Hintergrund bekannt. Eine Zeitung zitiert seine Mutter mit der Aussage, dass sie auch nicht so genau wisse, was er eigentlich beruflich macht. Er soll aber nie studiert haben, soll stattdessen Postbeamter und Klempner und so weiter gewesen sein. Aber Teil 2 der positiven Exzentrik, auf die man auf jeden Fall noch eingehen muss, ist Nigels mentale Herangehensweise an das Spiel. Denn ausgerechnet der beste Spieler der Welt ist im Grunde der, den es am wenigsten kümmert, wer der beste Spieler der Welt ist. Also Nigel betont immer wieder, dass er das Ganze zum Spaß macht und es ihm egal ist, ob er gewinnt oder verliert. Und natürlich bringt jeder psychisch gesunde Spieler die Einstellung mit, dass es nur ein Spiel ist und gewinnen oder verlieren nicht wirklich wichtig. Aber es gibt da noch einen Unterschied zwischen ich weiß, dass es nicht wichtig ist und komme deshalb problemlos mit Niederlagen zurecht, so würde ich mich auch beschreiben, oder es ist mir von vornherein wirklich egal, so würde ich mich nicht beschreiben. Dazu gehört übrigens auch, dass Nigel sich nach einem Spiel absolut nicht mehr damit beschäftigt. Also keinerlei Analyse, schon gar nicht mit den Computerprogrammen, die wir hier gezeigt haben. Und dass er auch generell nicht die Trainingstools nutzt, die andere Leute nutzen. Ich meine, er hat es auch nicht nötig, aber dass jemand seine Spiele nicht mal mitschreibt, ist ansonsten in der Weltspitze total undenkbar. Ich denke, er würde auch im Traum nicht verstehen, warum jemand hier so ein Video über ihn macht. Und es wirkt auch immer so, dass Nigel nicht so recht weiß, was das mit den Siegerehrungen soll. Also warum er dann da jetzt noch einen Pokal dafür bekommt, dass er mehr Spiele gewonnen hat als die anderen. Und dementsprechend mürrisch guckt er dann da auch gerne, wenn ihn alle jetzt auch noch fotografieren wollen. Das kann also leicht einen etwas grießgrämigen Eindruck erwecken, auch wenn man das Foto sieht, das hier für dieses Meme benutzt wurde. Aber das täuscht. Also in Schildern in der Scrabble-Szene gleichzeitig alle als einen der freundlichsten Spiele überhaupt und sogar als jemand mit viel Humor, was man vom Aussehen her jetzt vielleicht auch nicht gerade annehmen würde. Er will nur einfach nicht mit der Presse reden. Aber innerhalb der Scrabble-Szene ein total aufgeschlossener Mensch, anscheinend auch sehr, sehr bescheiden. Und das ist auch das Schöne, deshalb können ihm fast alle diesen Erfolg auch gönnen. Und das deckt sich auch mit meinem eigenen Eindruck, denn ich habe Nigel bisher einmal getroffen, nämlich als ich an einem deutschen Turnier teilnahm, das in die englische WM so als Randturnier integriert war. Das war ziemlich cool. Waren wir in England und Nigel guckte dann auch bei unserem Turnier vorbei und wir haben ihn natürlich übrigens auch ermuntert, sich mal den Duden einzuverleiben, aber da haben wir wohl genauso das Nachsehen wie die Isländer. Als nächstes steht wohl erst mal Spanisch auf der Agenda, aber da habe ich ihn also genauso erlebt, wie das alle schildern. Ein total relaxter Typ, null Attitüde, spielt einfach gerne Scrabble und fertig. Und ich verfolgte dann neben unserem eigenen Turnier natürlich auch am Rande die WM und bekam mit, dass Nigel im Halbfinale war. Und nach dieser Runde sah ich ihn dann total emotionslos, teilnahmslos aus der Halle schnurfen und dachte mir, okay, man sieht auch bei Nigel ein bisschen, wenn er verloren hat. Ha, lässt ihn auch nicht ganz kalt. Und dann erfuhr ich, dass er gewonnen hatte und dass das schon sein Juhu, ich bin im Finale Blick gewesen war. Also eine absolut unerschütterliche Einstellung, was das Spiel angeht. Und diese Unerschütterlichkeit dürfte auch ein Teil des Erfolgsgeheimnisses sein. Und beenden möchte ich dieses Video in diesem Sinne mit Nigels angeblicher, jedenfalls so überlieferter Reaktion, als es mal bei einer WM nicht in die Finalrunde schaffte. Sein einziger Kommentar soll gewesen sein, ich gehe mir dann mal die Haare waschen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war interessant.